Bitte keine rosa Zäune mehr, Alter. 200 hab ich raus geholt, Alter. Das wäre jetzt noch das i-Tüpfelchen, wenn wir die noch weg holen würden. Bitte keine rosa Zäune mehr, Alter. Du hast ja wieder deinen Schallgedämpfter dabei, ja? Oh! Da vorne? Ich muss jetzt forschen. Hm. Die Bitch. Rechts wurde geschossen. Wo muss er abfangen? Oh, von links. Von links runter. Scheiße, ich habe sie kurz gesehen. Sie ist alleine. Ich hab's doch. Oh, da ist ein Kumpel. Gut, sehr schön. Sehr schön, sehr schönes Ding. Ich brauche ein Medik-Kit. Da kommen die anderen. Lass uns schnell rein hier und mal gucken, ob wir ein Medik-Kit finden. Vorhin hatten wir zwar keins. Mist, ich muss mich schnell verbinden. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Nice, meiner. Nice. Sein Kumpel. Da sitzt er in dem Wagen. Häuser, hier sind wir zu. Ja. Genau. Jetzt kinder vor. Ich sehe seine Tiers. Wir sitzen beim ersten Wagen. In der Mitte. Hier ist noch einines Wagen. Ich muss mich noch einiges mal verletzen. Das ist ein Kumpel. Wagen wir doch mal. Ich weiß es nicht. Aber nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. brauche noch ein ich hab ihn puh auch mit der letzten Patrone alter ich brauche Munition für meine Knarre alter ich habe keine einzige Patrone mehr an keiner Waffe gehabt und mit der letzten habe ich ihn noch weggeholt alter vier Jäger alter was sind wir für Tiere man aber nicht so früh freuen auch ich muss erst mal Munition suchen ich werde doch wieder Munition geben und Medipack wäre dann mal nicht schlecht oh hier eine Kasse hier oben bei mir 200 habe ich rausgeholt alter wo ist die Kasse hier doch 75 oh das ist ja beschiss man na gut aber ob die ankommt bei mir das steht auf dem anderen Blatt ja das geht aber jetzt hier auf ja dann schau ich dir aus dem Spiessen ja ey wenn das jetzt nicht zählt drehe ich durch aber ja 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 keine Munition ey ja 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 Nee, warte. Nee, sorry. Schade. Mach bloß. Ach, die kann ich nicht aufheben. Mittlere Munition. Oh, da ist doch Muni. Hier. Wo bin ich noch nicht schaut? Zwei Patronen. Alter Scheiße. Da schmeißt du mal eine weg. Was ist denn das für ein Müll? Neues Minikips. Ja, hab ich schon. Ja, so schmeißt du einmal eine weg. Hier ist auch immer eine Fliegenschlampe. Bist du schon wieder unten, oder? Ja. Ich dachte, du knallst es ab. Wieso? Ich muss nicht da unten. Ach so. Nicht da oben, über dir. Ne, sehe ich nicht. Was, die war hier reingekommen? Ja. Hm. Keine Munition, Alter. Ich krieg's kotzen. Da oben war ich noch nicht. Schau mal raus. Da ist doch bloß der Gang oben. Eine Patrona. Hier ist noch eine Fliegenschlampe. Gleich links. Also jetzt nicht da rechts, wenn du auch rauskommst. Oh. Ich hab' ich gesehen, wie du vorhin warst. Kann man da oben aufziehen? Oh. Oh, Munition. Immer nur zwei Patronen, Alter. Was ist denn das für ein Scheiß? Die Spinne wird verbannt. Oh, die laufen bestimmt hoch. Alles klar. Wann wir noch zu Plank Privacy? Ja. Ich guck da mal hier hinten, ob ich Munition finde. Wann wir zumindest noch mehr Worte bevor. Wann wir zu Plank Privacy? Zu Plank Privacy hochrennen? Ich hab bloß einen Ohrenschuss auf dem Gesierweg. Okay. Oh, hier vorne! Hier vorne! Ein Boot, wie gerufen, Alter! Ein Versorgungs-Schiff. Cool. Wir suchen uns da drinnen in den Arschblutig. Und hier... Ich würde mir eigentlich bloß mit dem Korten schon messen. Ah, cool Munition voll. Die sind ja jetzt bereits voll. Okay. Also 15 umgekehrt. Ja. Du bist da schon eine Zeit unterwegs, oder? Bis man da oben ist? Mhm. Oh, wir müssen uns echt beeilen. Mann, die sind schon bei 80 Prozent. Ja. Ja, wir sind an der Trotz gewinnt uns. Da war schon der Junge. Die sind jetzt... Die sind jetzt neben uns. Ja. Oh, Raben. Ja, der war Blummel. Oh, der wird schon gleich nicht voll lassen. Mhm. So, hier kannst du dich erstmal ausruhen. Hier an dem Dickicht. Oh. Da wäre schon mit der Lunge. So, wir haben das gleich geschafft. Hier musste man Messerarbeit verrichten. Hier ist eine Fliegenschlampe an der Versorgungsstation. Da vor mir. Sehr schön. Da vor mir. Oh. Hier ist Munition. Übenvoll. Okay. So, dann weiter. Und Fliegenschlampe. Und Fliegenschlampe. Und Fliegenschlampe. Und Fliegenschlampe. Und Fliegenschlampe. Das wäre jetzt noch das i-Tüpfelchen, wenn wir die noch wegholen würden. Boah, ich hab nur Sorge. Haha. Haha. Ich glaub, dann sprich ich uns jetzt nicht mehr. Haha. Ich will immer nicht versauen, den Tag. Quatsch. Das kann man gar nicht. Dieser Tag ist einmalig. Geht aber schon fleißig zu, ne? Mhm. Wo ist denn das? Die müssen doch jetzt hier sein schon. Ja, direkt vor uns. Ah, okay. Bleiben wir hier. Also? Samson. Vor der losen Station. Wie's tut's? Aha. Kommen sie aus der Richtung dort. Ja, das passt. Sie kommen. Sie kommen. Ich hab einen. Oh. Ich hab den zweiten. Okay. Ich hab den erwischt. Sehr schön. Ihr seid nieder, ja? Jetzt hab den. Sehr gut. Oh, hier kommt Dynamit, Alter. Boah. Sein Kumpel lebt noch. Was? Ja, der hat doch Dynamit, Alter. Ich hab ihn ja nicht gegeben. Oh, wir extrahieren, Alter. Ich hab ihn. Cool. Du holst ja erst eins. Ja. Dann hol ich mich an. Das machen wir uns dann mit der Wange. Ei, 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 ei. Ich bin noch. Jetzt aber. Alter, was ist heute los hier mit uns? Keine Ahnung. Aber es gefällt mir. Nein. Meine Knache, Herr, Alter. Spinnst du? Nein. Kommst du? Ich will mein Gewehr. So. Achso, ein Jäger noch plündern. Der hat nochmal 50 Dollar springen lassen. Hab ich alles, was ich brauch? Was hat er für eine Pistole gehabt? Achja, die ist ja schall getämpft. Alter. Ich flipp ja aus, Junge. Ah, da haben wir 50 gekauft, gell? Alles sauber. Mhm. Boah, das ist sechs Jäger. Ist das ne Möglichkeit? Wir haben praktisch die Karten gesäubert. Ja, fast. Ja, fast. Und zwei, acht, es sind nur noch vier, die wir nicht gekält haben. Ja, aber weh sie. Oh, es zählt meiner. Es zählt. Ja, aber es zählt. Sechs Jäger. Sechs Jäger. Fuck. Willst du mich verarschen, Alter? Weißt du, wie den anderen Knöder runterfällt? Ich hab ihm die große Zunge weggeschossen. Oh, Jan, er levelt auf, Junge. Vier Jäger. Noch mehr Jäger. Sechs Jäger, Alter. Sechs Jäger. Hammerhop.